hallo na auf neuen pc unterwegs oder noch alt ja das ging fix die hatte den gestern schon bei sich am schreibtisch stehen bevor ich meinen überhaupt bevor man über angekommen war okay ich muss ja platz machen doch ach ja er macht sinn und was ist der plan heute ich habe absolut gar keine ahnung ich bin völlig planlos wie immer okay ich nehme mich auch gut gut ich war jetzt erstmal hier oben dabei die hüte fertig zu machen du hast eine straße gebaut krass und schon irgendwas anderes gezockt außer echo oder nicht wirklich also ich habe gestern kurz mal in minecraft noch reingeschaut aber ansonsten hatte ich noch keine zeit zumal ich ja morgen auch noch ein colloquium an seine abschlussbildung vom studium habe ich habe heute ein bisschen was für tun dann wird hier auch zeit na gut ich habe ja die ganze letzte woche die präsentation gemacht ja okay dann wird das ja easy going ja ich bin heute viermal durchgegangen und dann denke ich mal dass das jetzt passen sollte mein problem ist nur also normalerweise hat man ja so man möchte so wenig zeit wie möglich in so einer präsentation verbringen das ding ist ich könnte so viel über das thema reden dass ich locker eine stunde anderthalb stunden damit füllen könnte ich habe aber nur 20 minuten heißt ich musste alles einkürzen das ist ganz furchtbar okay ja kenne ich ich habe bei meiner abschlusspräsentation irgendwann angefangen die 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 folien mit einem timer zu versehen der dann einfach unten mit lief ja wenn ich das in den präsentation modus mache dann habe ich auf meinem bildschirm ja quasi die präsentationsansicht und da ist auch ein timer mit bei der auf den werde ich dann gucken also ich hoffe dass der timer läuft und wenn nicht dann werde ich mir am handy einfach ein timer stellen weil mein professor hat explizit darauf hingewiesen dass ich doch bitte möglichst genau die 20 minuten einheit aber du wirst morgen dann nicht irgendwie noch zwei stunden zur uni hin fahren nur damit du das abgeben kannst oder nein nicht nur damit ich es abgeben kann ich muss die präsentation ja morgen auch noch halten ja ja bei mir war das problem ich war irgendwie drei stunden oder dreieinhalb stunden für 30 minuten aufenthalt unterwegs nee ich habe schon ein bisschen länger sein ich habe erstmal also erstmal kann ich so los dass ich gefühl zwei stunden er da bin einfach damit ich da zeit habe mich einzurichten auch das fängt es um zehn uhr an dann habe ich 20 minuten präsentation 25 minuten roasting wo die mir einfach die ganze fragen stellen können und dann ist es vorbei dann kriege ich noch ich denke mal da muss ich ganz kurz rausgeben da machen die noten besprechen und dann kriege ich dann mein zeugnis quasi überreicht beziehungsweise die noten genannt und danach zeigen mir zeigen mein professor und ich meinem abteilungsleiter noch so ein bisschen die hochschule weil er da noch nie war okay ja cool und dann bist du offiziell arbeitslos nein bin ich nicht doch mit abschluss von ausbildung oder studium muss ein neues vertragsverhältnis starten nicht auch beim studium endet nicht mit kolloquium sondern mein studium endet erst am 26 siebten ah ok schwein gehabt und ab dem ersten siebten fange ich dann meinen neuen job an fullzeit ja sauber dann ist aber nichts mehr mit so früh anfangen zu streaten dann wird das bei mir auch erst 17 30 18 uhr ich mache das auch nur weil ich entspannt essen will ich kann um 17 uhr starten aber das ist dann auch nervig ich muss bis 16 30 immer arbeiten und muss danach noch kurz raus deswegen wird es auf jeden fall erst 17 uhr weiß ich hatte übrigens also wir haben vielleicht eine riesig große erzader direkt unter uns okay vielleicht bin ich eben durch die welt gefallen und in der höhle gelandet wo eine extrem große eisenader war dann musste ich mein ganzes leben verschwenden und dann ersaufen in der höhle du hast ruhig was schreiben können also ich habe mir hier jetzt eine dreiviertel ich habe nur ein smiley bekommen ja das war ein bild aber das ist nicht so schlimm ich glaube als du das gesehen hast das war so ja vor einer stunde ungefähr oh jetzt ist auch der screenshot da ok ja seitdem gucke ich videos also ich hätte ich entspannt retten können ja das ist wirklich riesig ja dann wird es zeit für den keller tut ich wünsche ich dir ganz viel spaß beim hallo kannst aber auch meine rander hier 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 fängt an zu randallieren das war klar ja ach 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das gute Tomatenfeld. So, was brauchen wir denn für ein... Wie heißt das gleich noch für einen Fahrstuhl? Wo konnten wir den nochmal herstellen? War das direkt hier? Ja, oder nein. So, was brauchen wir denn? Oh, okay. Oh Gott, ist das riesig. Wie groß ist denn das? Oh Gott, ist das riesig. Oh Gott, ist das riesig. Oh Gott. Oh Gott, ist das riesig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh, das braucht... Oh. 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 So, Fahrstuhl. Zwei Getriebe und eine tragbare Dampfmaschine. Okay. Okay, ich muss Eisen holen. Okay. 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 Dann holen wir uns mal Eisen. Ich wollte nur eben hier oben den Traktor einmal angucken. So. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Hello. Hallo. Ja, man hört dich. Brüll mal. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 ... 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 gehen. Okay. Falsche Richtung. Zurück. Mal sehen, wann das auffällt. Hörst du mich? Ne, wahrscheinlich nicht. Guckst du in den Multi-Stream? Oh ja, grad reingekommen. Ach schön. Alter, dieses creepige. Creepige Lächeln. Hallo. Reden wir nicht drüber, okay? Oh, warte. Bleib mal liegen. Da. Was versuchst du? Warte. Warum rückst du immer näher? Weil es total creepy aussieht. Okay. Okay. Ja, so. 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 Das müsste jetzt eigentlich nur noch Stoff fehlen. Einmal Silvert. Wo willst du denn den Aufzug runter machen? Zum Erz? Weil das Erz war... Äh. Wo war das denn? Irgendwo. Irgendwo hier so. Auf jeden Fall unterm Fluss. Deswegen, ich würde vielleicht hier so runter gehen tatsächlich. Achso. Ich hätte jetzt direkt den Fahrstuhl im Haus gebaut. Ja, okay. Wir können uns da ja drücken. Das ist ja gar kein Ding. Ja, genau. Dachte ich auch. So, was fehlt denn jetzt noch für das Getriebe? Oh, zwei. So. Ssssssss. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt fehlt echt noch ein Getriebe. So eine Kacke. 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 Das war's. Eigentlich hätte ich es wissen können, dass wir mit dem Bauholz nicht auskommen werden. Äh, ja. Äh, du, sage mal, weißt du noch, auf welcher Höhe das Ganze war? Absolut rein gar nicht. Sehr weit unten, aber glaube ich. Äh, vielleicht ist ja der Screenshot gut genug. Höhe 14. Ja, gut, man wird weg. Ach du Kacke. Ja. Kannst du einmal den Fahrstuhl abbauen? Äh, ja. Äh, danke. Gerne. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Das war's. 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 Help 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 Ah, äh Könntest du auf die Plattform irgendeinen Wagen draufstellen? Äh, ja, sie kann ich wohl eben einen Danke, das war's schon Ich würde die Beleid Zwei 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 2. Lass uns auf den Schrauben auf die Kühe geben. 5. 5. 7. 9. 11. 12. 12. 13. 15. Wenn ich hier zum Topf nach unten drücke ich ihn dann aus der Welt raus. Ich habe sehr das Bedürfnis, das Leben auszuprobieren. Aber ich glaube, ich sollte es überlassen. Das können wir gleich mal ausprobieren. Du musst nur ein bisschen warten. Ja. Jetzt kannst du es machen. Vielleicht solltest du da nicht drinnen stehen. Ich verstehe kein Wort. Du bist sehr leise im Gegensatz zum lästlichen Spiel. Ich habe gesagt, vielleicht solltest du da nicht drinnen stehen bleiben. Ja, ich habe mein Mikro leise gedreht. Bist du jetzt einfach stehen geblieben? Ja. Cool. Ah, ja, jetzt fühle ich dich auch wieder besser. Ja, ich habe das Mikro laut gedreht. Bei dir hat es so geknarzt, als ich gesprochen habe. Ja, das ist auch immer noch. Warum denn? Weiß ich nicht. Knarzt ich bei mir selbst? Weiß ich nicht. Wie oft sagst du, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das hat nicht geknarzt. Das hat nicht geknarzt. Okay. Ich bin ein dB runtergegangen. Ja, das ist besser. Jihar. Ich gehe mal Holz rein. Ach, Moment. Vielleicht soll ich den Kammer nicht mitnehmen. Wäre ich dir sehr verbunden. Soll ich dir das... Ach nee, dann kannst du ja nicht wieder hoch. Nee, vergiss es. Aber du könntest den reinstellen und den Fahrstuhl runterfahren. Ja, aber wie kriegen wir den Fahrstuhl dann wieder hoch? Äh, warte. El Momento. Ich habe dir in deinen Wagen ein Geschenk gepackt. Das kannst du oben irgendwo ranklatschen. Danke. Danke. Oder... Ist der jetzt einfach aus der Verordnung? Nee, ja, wahrscheinlich. Okay, cool. Nee, warte mal, der hat weiter oben angehalten. Oder? Ja. Oh, ich weiß warum. Och, nö. Warum? Kannst du mir Bauholz... ...in den Wagen reinpacken? Wie viel? So... ...zwanzig Blöcke. Ich habe eine Wand kaputt gemacht und da ist ein... Ich komme da nicht ran. Da hängt ein Stein. Ja. Ähm... Ja, wie kriegen wir den da jetzt? Achso, ja. Äh, mit einer Leiter. Holen. Äh, ich hole eben. Okay. Ich hole eben. Äh, ich hole eben. Äh, ich hole eben. Okay. Oh, ich hole eben. Och, ich hole eben. TF-Zun. Achso, ja. ... Okay. 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 Oh. Ist die da einfach? Ah. So. Dann. Ich hocke hier echt fest. Und die. Ich hole da was zu essen. Das geht ja mal gar nicht. Okay. 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 Du musst den Wagen noch runterfahren. Ja. Okay. Oh, wow. Ja, ich muss hier komplizierte Dinge. Oh, ja. Hast du da unten noch was zu essen? Ich habe noch 26 Brot. Guck mal, warte mal eben. Fahr jetzt mal den Fahrstuhl runter. Du fährst ihn hoch. Willst du runter? Hallo? Hallo? Oh, es gibt Tomaten. So. Crush me down. Soll. Nice. Oh, ja. Freiheit. Es gibt noch Mods für Echo. Vielleicht geht das damit. Was für Mods? Ich meine, es gibt Mods für Echo. Warte. Echo Mods. Echo Stopp. Hehehe. 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 Gott, Mikorg. Ich habe noch zwei Mannen rund um. Minute? Kindern haben die Tonight. die Earbeinie-Leaguemusik? Ich habe wieder gesagt, wo gedacht. Sorry. Es gibt sogar einen Echo-Mod, mit dem du das, was du abbaust, also den Stein und so, dass er das automatisch aufhebt. Warte, ich schicke dir eben den Link rein in den Discord. Oh, schön. EGGEL! EGGEL! Es gibt kein EGGEL bei Nexus-Mods. Warte mit DIT. Discord. Es gibt sehr, sehr viele Mods. Wieso hat Discord eigentlich jedes Mal Updates? Bei mir hat Discord nie Updates. Jedes Mal, wenn ich starte. Vielleicht liegt es an dir? Ja, ich habe Discord eigentlich nie auf dem PC laufen. Achso, ja, okay. Oh, Solarpanel. Ja. 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 Funktioniert das jetzt? Es gibt einen Mod, mit dem man Tiere zähmen kann. Nice. Und es gibt einen, mit dem man diese aufklappbaren Brücken bauen kann. Wow. Oh? Easy Logging. Entfährt alles, was Debris ist und hebt es auf. Mhm. Gut, ne? Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie Insta aktiviert wird. Ähm. Es gibt zwei Guides. Ja. Ich hab mir die noch nicht durchgelesen, aber es gibt sie. Okay. Hier steht einfach nur, man soll die in die Server-Jar reinhauen. Äh, Ordner. Ja, macht Sinn. Das, äh, würde auch erklären, warum das, äh, Fenster, wo du die Einstellung machen kannst, so aussieht, wie es aussieht. Äh, ja. Okay. Ja, guck mal, dann kann ich die Mods quasi direkt mitnutzen. Ja, okay. Logging-App. Äh, Mod ist zwei Jahre alt. Es gibt mehrere. Sorting. Oh, geil. Danke. Weiter. Ich hab Essen gebracht bekommen. Oh. Schweinerei. Spaghetti Bolognese. Es gibt ne Mod, die heißt Achsmörder, die brauch ich grad. Was? Ja. Nein. Äh, kommen nicht eh bald Hühner und so weiter. Tierzug kommt mit der 1.0 Kühe, Schweine, Hühner. Schon gut. Also ich mein, das hat, glaub ich, schon mal einer gesagt, dass das wohl kommen soll, aber es war noch, äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz sicher. Äh, ja. Gut. Da war das auch mit den, äh, Maler und so weiter. Ja, stimmt. Genau. Oh, das ist, äh, vegetarische Bolognese. Naja, egal. Trotzdem lecker. Hahaha. Wobei mir Fleisch lieber wäre. Musst du dir Schinkenwürfel oder sowas holen. Ja, ich muss mal eben die Haare zurück machen mit den Kopfhörern. Ansonsten fallen die nämlich ständig ins Essen, das bisschen nervig. Oder ich mach sie mir eben zusammen, das geht auch. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als Haare, die im Essen hängen. Äh, doch. Was denn? Ähm, Essen im Bad und du vergisst es und dann fängt es an zu krümeln. Ich muss ja sagen, die vegetarische Soße ist gar nicht so geil. Sarkasmus? Mhm. Die ist tatsächlich nicht so geil. Aber gut, vielleicht auch nur, weil ich einen anderen Geschmack erwartet habe. Ähm. Aber es kommt auch ganz viel auf der, auf den Fleischersatz drauf an. Wenn du zum Beispiel hier das Zeug von der Rügenwolle, äh, Rügenwalder Mühle nimmst oder so, das schmeckt gar nicht. Aber wenn du äh, Beyond Meat hast, das ist so pervers das Zeug. Ja, es gibt, es gibt echt Sachen, vegetarisch, die super, super lecker sind. Ja. Ja. Du hast die vegetarische Bolognese-Soße gekauft. Ich sehe gar nicht so vegetarisch drauf. Ja? Ja. Ja. Aber das habe ich nämlich auch gerade geschmeckt. Ja. Danke schön. Ist nicht schlimm passiert. Ich habe mich selbst verwundert. Verdammt. Sonst müsst ihr Bacon anbraten und dann einfach so wie, äh, Parmesan drüber streuen. Ja, ne, das macht den, äh, macht den Geschmack nicht besser. Oh. Ähm. Also es schmeckt nicht, also man kann es essen. Aber mein Favorite wird es jetzt nicht. Oh, wie gut. Datei. Mh, hast du eigentlich auch vor, Once Human zu spielen, wenn es komplett draußen ist aus der Demo? Also. Ich. Kommt am 9.7. Ähm. Ich habe, äh, hier, wie heißt der Kraums? Ich habe mir die Steam-Seite angeguckt. Die sah relativ interessant aus. Und das Building sah auch sehr interessant aus. Ich war am überlegen, ob ich jetzt am Wochenende einmal die Demo mir angucke. Mhm. Wie fandest du es? Richtig gut. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Du musst mal Bescheid sagen, wenn ich irgendwie abgehakt oder sowas rüberkomme. Ne, klar und deutlich. Ne, von nun an. Das passt. Achso, ja. Ja. Oh, man merkt das. Ja. Ja, 50 MB Download reicht aus. Wohin kommt das? Bei allem cool ist auch, dass du halt in Once Human Level machst und diese Metric Points brauchst, um neue Sachen zu bauen und freizuschalten. Also, genauso wie in Soul Mask zum Beispiel. Habe ich nie gespielt, weiß ich nicht, das kann sein. Mh. 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 Nee, das esse ich jetzt nur. Nein! 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 Ich esse sie jetzt! Du kriegst sie nicht wieder! Aber wenn dir die aber nicht schmeckt? Ich hab gesagt, es ist nicht mein Favorite. Ja, die Basilikum. Ja, klar macht sie doch. Sorry. Egal, um dem kann passieren. Ich weiß noch, warum das ist. Ja, schon. Ja, da fehlt das Hackfleisch. Das macht ganz viel Sinn. Damit ihr auch noch ein bisschen vom Spiel seht und nicht mit dem Pausescreen. Könnt ihr ihn jetzt einfach angucken. Das Gesicht ist manchmal entertainender als das Spiel. Obwohl jetzt gerade geht's. Ja, genauso wie deine Facecam. Was? 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 Ich hab dir gutes Gemüse gegeben und du isst immer noch dein Brot. was? Aus Vitamine. Äh. Wie zur Hölle kriegt man... Ach da, meine Fresse. Musst du den Server dann gleich neu starten? Wahrscheinlich schon, ne? Äh, wahrscheinlich schon. Au. 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 Okay. Ah, ich bin drin. Hör auf, die Frau, sie weiß, was sie tut. Ja. Okay. Okay. Jetzt gucken, wie die Schöne war. Ob die Sonne ausfüllen. Äh, es gibt auch eine Twitch-Erweiterung für Echo. Ja, aber die funktioniert leider nicht richtig. Ähm, das haben wir schon ausprobiert. Gar nicht. Ja, stimmt, sie funktioniert gar nicht. Ähm. Die crasht den Server, wenn man sehr viel Glück hat. Erstens das und zweitens hat bei mir die Verbindung nicht mal geklappt. Ja, das war das nächste. Weil das fand ich auch ganz cool. Das wollte ich eigentlich am Anfang, bevor wir mit dem Projekt hier angefangen haben, aktivieren. aber es, ähm, ja. Hat nicht so gut funktioniert. Entschuldigung. Ja, das war das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin jetzt mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Also meine Viewer werden Absolut Crap Meine Viewer werden grad das beste Bild Überhaupt haben Sie dürfen die ganze Zeit FileZilla betrachten Ja Ist doch toll So äh If you want We can start now Also äh Wir starten den Server Ich dachte mir sowas Bis gleich Mal gucken ob das funktioniert So mal gucken wann ich Ah ich wollt grad sagen mal gucken wann ich gekickt werde Und das Dashboard Ne das Ereignisprojekt Doktor Tal Ist doch Ist doch Nein So ist es mal Server ist nicht gesponnt. Wie ducken die? Ich bin gesponnt. Ich bin gesponnt. Server restarted. Server restarted. Ich bin gesponnt. Ich bin gesponnt. Ich bin gesponnt. Jetzt die Frage lädt er auch gleichzeitig die Mods runter? Hallo? 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 40 GB gleich runtergeladen. Noch 3 Sekunden. Auch gerade runtergeladen. Aber was lädst du runter? Ich habe die Once Human Demo runtergeladen als wir drüber gesprochen haben. Ah ja, cool. Ich würde mal gucken auf welchem Server ich bin. Dann kannst du ja vielleicht auf den gleichen Server kommen. Äh, was? Ja. Was? Gibt es davon denn hier so Gameserver oder sowas? Oder ist das nur Once Human Ding ans Kirchen? Was? Ich werde von den öffentlichen Servern. Ach so. Man muss mit anderen Menschen zusammenspielen? Ähm, bei manchen Sachen schon, ja. Bei so Welt-Events, da muss man das machen. Ah. Ähm, ansonsten musst du es prinzipiell erstmal nicht. Okay, ich habe Murder Ex runtergeladen. Awww. Ne, hab ich nicht runtergeladen. Ähm, okay. Das hört sich interessant an. Hast du von Pax Dai gehört? Absolut gar nicht, nein. Okay. Das... Muss man Mods irgendwie aktivieren? Weiß ich nicht. Also du wirst die Einstellung machen. Ach so. Ja, Moment. Ähm. Warte ich. Welchen hast du runtergeladen? Äh, warte da. Den? Kriege ich dir grad bei Discrata. Warte. Ja. Warte. Wetter loggen. Äh. Ja, du musst, äh, ich weiß nicht was für die Options abgeändert. Wo welche Options? Äh. Warte. Ich, ähm. Da stehen doch Options weiter unten. Das musst du einstellen. Mit, äh... Ne, ich hab die Kommentare gesehen. Ah, warte. Oh. Es gibt noch eine andere Mod. Ja, es gibt noch, äh... Easy Logging Version 10. Oder V10. Ja, die. Vom 18. Dezember 23. Äh... Und das hat auch ein Hotfix. Oh, wow. Da hat einer den deutschesten englischen, englischen Kommentar darunter geschrieben, den ich je gelesen hab. Hä? Okay. Du... Du... Also, man sagt im Deutschen ja, das bewirkt Wunder, ne? Ja. This word wonders. Wow. Ähm. Hier ist der Link zu dem Hotfix. In dem Mod. Dachte ich hab... Ich hab da eigentlich noch was anderes reingebracht. was anscheinend nicht funktioniert hat aber ich freue mich ja so sehr soll es nicht lügen was zur hölle ist denn da unten los was zur hölle ich will auch sehen ja komm her warum liegen die aufeinander lauf los lauft was hier nichts und wo kommt das tree objects override cs das ist schon extrem laut was wie woher die games und sind gerade sehr laut sie haben nichts gesehen überhaupt nicht also wenn du willst können wir noch mal den server neu starten sekunde und die Äh, kleinen Moment, ich muss noch was anstellen. So. Oh. Ja, das ist von der Lautstärke her schon deutlich angenehmer. Oh. So. Okay, dann können wir jetzt... Okay, ciao. Ja. Ob das dann funktioniert? Ich bin gespannt. Ist der Service dort in Höhe? Ich bin gespannt. Okay. So. Jetzt bin ich... Schon mal kurz. Ich bin mir weiter. Ja, ich bin mir weiter. Oh, dass ich mich in die Zeit habe. Oh, danke. Ich bin mir daran. Oh, danke. Untertitelung. BR 2018 Okay, da dauernd bin. So, Shop-Seite. Achso, am 9. So, als rauskommt. Okay, das sieht aus wie... Zombie-Klatschenshooter. So, kämpfe gegen Monster. Passe Waffen an. Bau dein Gebiet aus. So, das sieht nice aus. Finde die Wahrheit heraus. Ich glaube, das wird was für... Windbay treten. So, jetzt ist die große Frage. Sind denn alle Motzen enthalten geblieben? Toll, die sind leer. Warum ist denn das leer? Guten Tag. Guten Tag. Ach, also der komplette Ordner ist wieder leer. Guten Tag. Hm. Ja, hm. Ich... Funktioniert ja nicht so gut mit den Mods. Ne, ich weiß auch. Ich lese mir gerade die Read-Me durch, aber... Ah. Kimber! Jaaa! Kann das vielleicht sein, dass der, ähm, Server offline geschaltet wird, äh, sein muss? Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nie Mods installiert. Momentum, Echo Server. Installation. Upload Mods for Info. Start your servers. Okay. So, äh, guten Abend erst mal. Operation ID. Guten Abend, Zuschauer. Hallo, hallo. So, warum läuft man Fleisch? Oh, oh. Okay, so, geht's. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt versuche ich das mal mit gestoppt Server. Bist ihr dann wirklich beim, super. Spannend. 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 Ja, kaputt gemacht. Ja, kaputt gemacht. Das ist der Autopickup-Mod. Was gibt es hier? Das ist der Autopickup. Die Mod, weswegen wir das eigentlich alles machen, die crasht uns weg. Das ist der Autopickup. Das ist der Autopickup. Das ist der Autopickup. Da ist eine weitere. Was geht denn jetzt? Aber wir wissen auf jeden Fall, wie man das installiert. Oh, hier ist noch eine. Das ist der Autopickup-Mod. Das ist der Autopickup. Das ist der Autopickup-Mod. 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 Das hat auch nicht funktioniert. So. Alter Stil. Das ist der Autopickup-Mod. Box O. Das ist der Autopickup-Mod. So. Das ist der Autopickup-Mod. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also die beiden Mods, die wir eigentlich hauptsächlich haben wollten, die... Ups... ...haben das Spiel komplett geschrotet. Und der Server ist schon wieder neu gestartet. Die hab ich doch rausgelöscht. Tracks, okay. Tracks, okay. Tracks up. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ist doch weg, du Kack-System. Es sollte ja eigentlich auch easygoing sein. Aber die ist gerade auch einfach wieder aufgetaucht, die Datei, die ich gelöscht habe. Ah, Nitrado. Ah, Nitrado. Also ich stopp... Ich stopp grad den Server und fahr den dann wieder hoch und dann gucken wir mal. Ich stopp... 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 Okay, die ist weg. Das heißt eigentlich, drückt die Daumen, sollte das jetzt funktionieren. Die ist schon wieder neu gestartet. Das kannst du doch niemandem erzählen. Wegen demselben Fehler. Was ist der fuck? Ja. Ja, zu viel rumspielen ist nie gut. Und hast du das Summer Gaming Fest angeguckt? Sarkasmus. Ah, okay. Anno 1711. Was? Wäre ja auch zu einfach. Also ich meine ja nur, ne? Ja. Äh. Äh. Du meinst das Ding von Ubisoft, oder was? Ja. Ja, nicht nur das. Uh. Wie heißt der? Ähm. Kronkh hat ja sechs Tage durchgestreamt. Ja, ich hatte nur zwischendurch mal gesehen, dass er gestreamt hat, ja. Ach, da waren so viele Banger dabei, dass wir so... Ich hab nur die, äh, dieses Ubisoft Ding am Dienstag Montag gesehen. Okay. Was war da? Äh, war das mit... Ne, das war nicht mit, äh, Dragon Age, ne? Ne, das war... Also Anno wurde vorgestellt, dann Avatar, Star Wars, ähm, Assassin's Creed, ähm... Und noch irgendein komisches Spiel, dessen Namen ich mir nicht behalten habe. Okay, alles geht. Ja, also... Also es kann auch sein, dass das noch mehr Spiele waren, aber die weiß ich dann einfach nicht mehr. Das... Für mich war es auch einfach viel zu viel. Hm. Aber was geil war, war auf jeden Fall der Trailer von Fable, also der komplette Xbox Showcase, der hat sich übelst gelogen. Ähm... Ja, und auch die ganzen Indie-Spiele und so weiter, die da rauskommen werden. Hm. Jo. Nitrado hat sich vom Server verabschiedet. Nitrado sich vom Server oder der Server sich von Nitrado? Äh, Nitrado vom Server. Ach Gott. Ich dachte, hier wird noch gestoppt. Dann erzähl mal ein bisschen was zu Once Hue. Ähm... Oh, ich bin schlecht im Erzählen, was sowas angeht. Was soll ich denn erzählen? Was macht man denn da? Hm... Mutierte Menschen schnetzeln. Und sich eine Base bauen und Sachen herstellen und abbauen. Okay. Und... Man muss Monolithen öffnen oder schließen und die Monster darin besiegen, um eine Bekannte von uns wieder in die Welt holen zu können. Weil das für die sonst gefährlich ist und mit jedem Monolithen, den du kaputt machst, beziehungsweise wo du das Monster besiegst, wird die Bekannte mächtiger. Ja, und weiter weiß ich auch noch nicht. Okay. Du musst, äh, so Spaltanker aktivieren, die in der Welt verteilt sind. Und, äh, die musst du, äh, da in den Gebieten musst du dann immer Kisten suchen, wo du richtig guten Ausrüstungs-Stuff und so bekommst. Und, äh, Mods für deine Rüstung und alles. Das ist auch cool. Okay. Das hört sich, das hört sich wiederum echt nice an. Und das ist so wie die Vorstellung mäßig war, das ist so wie, ähm, Rust. Dass du irgendwie mit 25 Leuten auf einem Server bist und, oder ist das eher Singleplayer und, äh, du kannst aber in ein Gebiet laufen, wo ein Welt-Event ist und dann bist du da mit anderen. Ähm, ne, die, die anderen Spieler sind dauerhaft um dich rum. Wenn die rein zufällig im gleichen Gebiet wie du rumlaufen, siehst du die halt auch. Ähm, du kannst dann quasi mit denen zusammen da rumlaufen, aber ich weiß nicht, ob du mit denen zusammen auch aktiv was machen kannst. Das, äh, hab ich nicht ausprobiert, weil ich jetzt nicht irgendeinen Fremden einfach in eine Gruppe einladen wollte. Ja, kann ich verstehen. Ja, das hört sich sehr interessant an. Und das soll am 9. sogar schon rauskommen. Mhm. Ja, und der ganze Fortschritt von der Demo ist dann halt weg. Oh, ja, aber dann spiel... Jetzt, bei sowas bin ich immer sehr zwiegespalten. Ich hasse es, Fortschritt zu verlieren. Hm, ne, da bin ich ein bisschen lockerer. Mir ist das tatsächlich egal. Ich fange auch relativ häufig bei, bei Spielen von vorne an einfach. Ah, es, es, es kommt ganz drauf an. Ähm, würden wir jetzt Echo als Beispiel nehmen? Der Server starten. Ach. Oh, shit. Jetzt haben wir es wirklich kaputt gemacht. Also würden wir jetzt Echo als Beispiel nehmen? Ich würde dann jetzt frustriert aufgeben und Echo die nächsten drei Jahre nicht mehr anfassen. Oh, ja, bei Echo, also so weit, wie wir jetzt gekommen sind, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf, das nochmal zu machen. Ja, genau. Aber was hier interessant ist... Der sagt schon wieder... Ja... Ja... Das ist ein Fehler, man. Die Datei nicht vorhanden ist. Ich glaube, ich probiere mal was aus. Also... Für die Zeit, wo wir warten. Und zwar... Und zwar? Ah, ich muss... Moment, ich muss hier... Nein, ich muss was ganz, ganz Wichtiges als erstes machen. Wo stelle ich das um? Wo stelle ich diesen ekelhaften Light-Mode aus? Wo ist es? Wo ist es? Äh... Äh... Da. Oh, ist das ekelhaft. So, ähm... Der lädt von irgendeiner Datei her. Und zwar möchte ich jetzt gerne eine neue Fensteraufnahme einrichten. Äh... Ähm... Chrom. Genau, und da möchte ich gerne... So. Dann werde ich meine Streaming-Informationen mal eben... ... erinnern. Let's stream... Ups. Mh... Äh... Wie heißt das Tool, womit du parallel gucken kannst? Ähm... Wie parallel gucken meinst du, Multi-Twitch? Ne, äh... Multi-YouTube. Also... Multi-YouTube? Ja, beide gucken dasselbe Video und beide können gleichzeitig postieren. Sind an derselben Stelle. Oh... Oh... Äh... Warte. Fuck. Äh... Watch together. Ja, genau. Muss man sich da anmelden? Äh... Einen Raum erstellen. Oh boy. Ähm... Ähm... Warte, wenn ich hier jetzt den Link rein kopiere... Äh... Äh... So, Moment. Muss ich wahrscheinlich... So, Moment. Okay, das muss ich auf jeden Fall erstmal leiser machen, weil sonst fliegen mir hier persönlich nicht die Ohren weg. Äh... Äh... Wo kann ich denn jetzt... Wie kann ich denn jetzt den Raum teilen? Ich hab das noch nie gemacht. Ähm... Ähm... So... Äh... Äh... Dann möchte ich gerne wieder mein Fensterchen hier in den Vordergrund packen. Und das möchte ich... Wie kann ich das denn jetzt so wild machen? Geht das? Oh... Oh, Freunde, es ist mal... Okay, gut. Es funktioniert zumindest schon mal, dass du, äh... Dass du's abspielen kannst. Warte mal, ich hab... Achso, Moment. Ich muss das bei mir erstmal noch, äh... So... Und dann kann ich, wenn ich hier auf 11 drücke... Funktioniert... Das war das falsche auf 11. Ich wollte hier auf 11 drücken. So. Jetzt. Äh... Ich kann's aber nicht auf Vollbild machen, glaub ich. Oh, nicht. Das Problem ist, ich... Verliere... Merke... Ja, also meinetwegen kannst du auf Play drücken. Okay. Äh... Ich mach noch eben meine Musik im Hintergrund aus. So. Oh ja, das ist eine sehr intelligente Entscheidung. So. Oh, Freunde, es ist mal wieder Zeit... Für ne Runde Streamclips Germany. Mit sinnlosen Clips oder manchmal auch mit spaßigen. Schauen wir gerne auch rein. Oh, ja! Oh, heeeeea... Ich komm ja schon. Jeez. O, du musst immer so ein Stress aufgeben... Oh mein Gott. Ich meine, ja, ich will meine Schwester retten, aber... Jetzt zurück, lass ihn in den Fuhre! Oh Scheiße! Vor allem mit dem Pfannenwender Das ist eigentlich ein Fußweg Aber wir nehmen einfach das mal als Abkürzung Oh Gott Komm ich hier hinten durch Oh f*** Auf der anderen Seite ging das Och ne Ich steck fest Also letztens ist mir aufgefallen Dass meine Frau das Toilettenpapier falsch rum hinhängt Und ich dachte so irgendwie meine Welt bricht zusammen Und ich muss irgendwie die Ehe jetzt kündigen Sie hat die Rolle falsch rum aufgehangen Also mit den Blättern zum Abziehen an die Wand Und ich dachte mir Ich erkenne diese Frau nicht mehr wieder Was hab ich da geheiratet für ein Unwesen Und ich geh wirklich mit der Rolle zu ihr Ähm Klick mal unten auf das Zahnrad Was du siehst unter YouTube Oh wow Okay cool Perfekt Hab ich grad nur so gesehen Das Einzige war Du darfst keine Tasten drücken Du darfst nur über den Playbutton arbeiten Achso ja ich arbeite immer über den Playbutton Achso Kannst weitermachen wenn du willst Hier ins Wohnzimmer Sie sitzt auf der Couch Guckt gerade ihr RTL Und ich sage Frau wir müssen reden Und sie macht sogar den Fernseher leise Weil sie dachte Okay jetzt kommt was ernst Und sie so Okay was ist Und ich so Sandra Warum hängst du das Toilettenpapier Falsch rum hin Und sie Sagt einfach nur Ist mir doch Egal wie rum das hängt Was Ich hab noch nie darüber nachgedacht Dass es auch einen dazwischen gibt Es gibt Leute Denen ist es egal Wie rum es hängt Erik Oh geht's schon los Geht ja mal gar nicht Nein überhaupt nicht Was ist denn los Bleib mal stehen Bleib mal stehen Mann Was Das geht Hat er nicht geschafft Oh mein Gott Okay Das war dumm Was ist das Was passiert hier Was ist das Was zur Hölle Warum Können wir da mal ganz kurz drüber reden Was da gerade passiert ist Ähm Der Stillframe Was Der 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 Frame Wo ich hingeklickt hab Der ist ja mal perfekt Ja Also Was 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 genau Also Was ist Also Ich Bin Übermäßig Verwirrt Ich Auch Cool Ähm Ja Nett Okay Weiter geht's Das ist eins dieser besagten Indie Games Die man unbedingt gespielt haben Das ist eindeutig Ja Ich Das sieht nach sehr Sehr viel Spaß aus Ja Also Vor allem der Junge In dem Zimmer Und dann mit so So Prinzessinnenkissen Und allem Das sieht eher so aus Als ob er bei seiner Schwester Eingebrochen ist Ja Weil er Scheint Gibt es zwei Charaktere Okay Der hat wahrscheinlich Von dem Popcorn Von der Schwester genascht Und deswegen Kam das jetzt zustande Dass der da so rumpupst Und rumfliegt Das ist doch schlecht Wie zuschauer Treffend erwähnt Grundkonzentrat Voll für den Arsch Aber Wenn du so einen Kaffee trinkst Dass du so abgehst Ähm Ja Nun Was passiert hier Was ist das Warum Oh mein Gott Wie komme ich denn jetzt Der Ron da Achso ich bin im Weg Sekunde Nein Das war das falsche Fenster Okay bin unten Ihr glaubt gar nicht Ich geb's gar nicht so oft zu Wenn ich ehrlich bin Aber ich piss mir echt oft Nur so ganz leicht Nur so Nur so fünf Tröpfchen Aber es ist trotzdem Ich muss trotzdem die Unterhose dann wechseln Aber so oft Piss ich mir in die Sch***hose Aber es fängt meistens Immer mit dem Furz an Asche alter Das war zu viel Ja Ja Keine Ja We did it Oh Gott Hier kommen Dinge Die mich umbringen Oh no Oh no Ich geh auch immer Ich geh auch immer Sorry Wenn noch mehr Furze kommen Ja Wenn ich weiß Da kommt noch mehr Geh ich immer in die Hocke Und versuch ein bisschen Die Arschbacken zu spreizen Weil dann Dann knattert das nicht so sehr Dailyfoodstipps Bei Asche Oh Gott ist das Gold Eine Frage Hat die gerade ihr Normalen Tagesablauf beschrieben Oder während des Streams Dass man das halt nicht hört Ich weiß es nicht Und ich bin mir nicht sicher Ob ich es wissen will Wenn die so einen Stehtisch hat Können die das ja machen Äh Ja Ich mein man sieht sie ja nicht Ja genau deswegen Vorstellung allein Ja Auch wenn ich mir dann Das Gesicht vorstelle Wie die Gottlos Einen absammelt Mitten im Stream Was ist das dumm Ich kann nicht mehr Könnte das nicht Ah nee das Warte Muss das ein bisschen Dunkler machen Kann man das jetzt erkennen Ja gut das ist sehr hell Ne aber No Warten jetzt voll die Kratzer auf dem Monitor Ja Oh Das liegt da jetzt Schiff hat AA gemacht So Das erinnert mich an einen gewissen Server von heute Ähm Ich hab's kaputt gemacht Ja hab ich Ja da das Ja Schiff hat AA gemacht So Es leckt schon wieder bei mir Nun Die macht das so oft Oh nein Save is safe Was Warum Das wär dein Spiel oder Tagrediste Ja Ein Action Erotikspiel Hm Ich frage mich Ob das gut kommt Mit Kindern Also Nein Nicht mit FBI Haube noch Ähm 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 Müssen Müssen wir Müssen wir Was dazu sagen Oder ist das Also Lassen wir das einfach So stehen Das Child molester The action Love game Oder was Das kommt gut Mit Kindern Hm 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 Das out of context Hm 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 Ja vor allem wenn man dann nur die Tonspur hat Ne Ja Das wäre sehr ungünstig Sehr 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 ungünstig Oh mein Gott Bitte Ich fand bei den Sachen der Nekromantin ein Tagebuch Es offenbarte Wie Was Was Ich wollte gerade sagen Das ist so unhöflich Mit einem Gespräch einfach zu verschwinden Es gibt hier Punkte Äh da Ne da Warte Da Ne Da Es gibt Punkte Das könnte so ich sein Bottle Harnische Verletzungen Harnische Verletzungen Lassen wir mich diese Frage ganz kurz mit einer kleinen Zeichnung Beantworten Wir haben den Montag Wir haben den Dienstag Wir haben den Samstag Und wir haben den Sonntag Entschuldigung So Tage an denen Streamclips Germany rauskommt Der Mittwoch Tage die wir heute haben Der Dienstag Ich hoffe meine Präsentation hat euch gefallen Ich hatte ja auch Bilder dabei Wow Das Hauptkriterium immer Mein Gott Warte Was ist Was ist da passiert Ich Montag Oh voilà Das war zu weit Achte auf den Roten Mein Gott Hier ist einfach weiter gelaufen in die Lava Ich hab dir dann eine Sende Starker Banker Selbstständiger Unternehmer Auserschaffen Was unternehmt der Was Wie heißt der Was könntet ihr euch vorstellen Was der macht Trading Krypto Warte Warte Ich kann nicht zurückspulen Da ist was unter meiner Tastatur Ich will zurückspulen Lass mich zurückspulen Ein Klon können wir nur empfehlen Liebe Zwillis Könnt ihr mir einen Erik Klon produzieren Das hört sich ganz falsch an Was Okay Mach mir Ja Schreib uns Schreib uns eine Nachricht Wir kriegen das hin Erik Klon Let's go So gut unterhalten Ja Pass auf Ja Was machen 20 Pille Männer im Bus Ich find den jetzt schon brillant Wegen dem Wort Der verdient einen grimme Preis Ich find den toll Ja Pille Mann Sie machen eine Spritztour Das ist das schlechte Tatschow-Buch Hast du die Tattoos von Natur aus Ja die spawnen immer Wenn man eine Straftat begeht Paco Also immer wenn ich was verbotenes mache Dann spawnt irgendwo wieder ein Tattoo Ups Ich sag dir Aber zum Glück ist ein Zaun zwischen denen und mir Nun soviel zum Zaun Ziehe alle Vergleichspunkte auf den ausgewählten Fingerdruck Das ist nicht der Richtige Das seh ich doch schon so Das seh doch ein Blinder mit dem Krückstock Dass das nicht der gleiche Fingerabdruck ist Was? Das war so klar Das war so klar Das musste einfach passieren Mit Oberteil nice cute Ja ich Oh mein Gott Oh mein Gott Achso Oh mein Gott was ist das Oh Was ist das Oh Die ist doch zu groß dafür oder? Ich hab keine Ahnung Aber es sieht äußerst ekelhaft aus Sieht aus wie eine Matte Oder eine Schnecke Da ist aber ganz böser Grey Jetzt wird nachgefragt Was mach ich denn jetzt Weil Lost Kitten natürlich Lost Kitten du kannst fahren Fahr Lost Kitten fahr Lost Kitten fahr Nimm Fahr Nimm doch mir doch den ersten Platz Nimm ihn dir doch Nimm ihn dir Sie wartet tatsächlich Oh mein Gott ist das fair Oh mein Gott das kann doch gar nicht wahr sein Fair Play Sein Vater ist dir gerade passiert Das ist ja Wahnsinn Du hast die meisten Punkte Du warst am meisten auf der Zone Bei mir steht tatsächlich angestrengt Ja das hab ich auch gesehen Auf TikTok Oh mein Gott Oh dafür gibt's ein Das hab ich noch nie gesehen Das hab ich auch noch nie gesehen Tschüss Wie kannst du eigentlich Im ersten In der ersten Runde Eine Yacht machen In der zweiten Eine große Straße Und in der dritten Vier Sechsen Ich Ich hasse das Game Ich kann nicht mehr mit dieser Frau Ich kann nicht mehr Mein Controller hat sich aufgehangen Moment Oh nein Bei mir ist nicht das Spiel Ist grad voll am Längen Oh ja Es ist das Spiel Hat jemand von euch schon mal In den Hausflur gekackt Weil ihr es nicht mehr Aufs Klo geschafft habt Bitte was Ähm Ja Nein You sure about that Hallo Oh mein Gott Das hat jetzt keiner gesehen Das soll Das ist richtig so Ja das soll so Wow Das sind richtig schöne Blumentöpfe Also es waren auch einfach Wirklich Wirklich schöne Blumentöpfe Ich hab mich voll gefreut Dass diese Blumentöpfe da waren Und er guckt mich einfach an Und sagt Ja Die hast du mir geschenkt Die hast du selbst gekauft Oh das könnte ich sein Ich hab einfach Geschmack Hast du uns letzte Woche schon erzählt Nein das stimmt nicht Raz hat euch das erzählt Hab ich das erzählt? Das ist jetzt hier zum dritten Mal Ups Ich weiß Ich will Keine Ahnung Es interessiert mich Das ist doch bestimmt richtig ekelhaft Hä? So hab ich es mir nicht vorgestellt Ähm Sie haben da was in ihrem Getränk Weiß nicht ob das noch sein soll Wie ist das? Ich bin da da reingelandet Hallo Lala Wir gucken ein paar Videos Nein Ich bin so klug Na er hat gerade seine Tusche umgeworfen Oh no oh 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 Nein Oh Gott Es wird nur noch schlimmer Piep 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 Das ist Twitch Clips Germany und wir Was da passiert so viel? Wir machen das gerade übergangsweise weil ich den Server geschrotet habe Also die Regenbogengitarre machen wir dann auf jeden Fall schön irgendwo hinten rein Bitte was Mit den außergewöhnlichen Kostbarkeiten kann man sich eine bleibende Erinnerung an die Stillzeit schaffen Die Muttermilch wird mittels eines Kunstharzverfahrens gehärtet und in die gewünschte Form gebracht So kann die Muttermilch z.B. als Perlenansänger auf Armband oder als Ring glänzen Wer es noch extravaganter mag kann seinen Muttermilchschmuck mit Details wie Babyhaaren Na hab ich nur Fragmenten, Glitzer oder ähnliches sehr schön an Oh mein Gott Hallo Are you Mexican? Yeah Yeah okay Because you are the first Mexican with a short house Haha You are hot as **** Where are you from? Germany Germany We come to Mexico Oh du sprichst Deutsch? Ich kann nicht versprechen, entschuldigen Sie Doch wie gut er Deutsch spricht Sprichst du auch Deutsch? Nein No Aber wir sind Opera-singer We sing Opera Äh Oper? Wie geil Wie gut Wo ist denn Wo ist denn Wo ist denn Wo ist denn Ich habe das Mal Content bei mir? Endlich guten Content Guck mal Ja Vor der alten Kartoffel mit Haaren So Das ist von letztem Monat Da reden wir nicht drü- Bitteschön Bitteschön Nun Ich werde euch mal was eckliges sagen Ich habe mal einen Puppel an meinen Hund verfüttert Weil ich nicht wusste wohin Und sie hat es gegessen und genossen Ich sage euch wie es ist Noch mehr bitte Vorschlag zur Effizienzsteigerung beim nächsten Mal Das Gesicht eincremen und dann in eine Schüssel Konfetti tunken Ich darf nicht lachen weil es uns alles abfällt Und warum macht man sowas Drei Zwei Eins Feuer Oh mein Gott Sie haben sich verschworen Rein da Hört so eine Warte im Runde an Oh Gott Ja Giert auf Kiki Reagiert auf Dito Also haben wir jetzt Zari Reagiert auf Katze Reagiert auf Kiki Reagiert auf Dito Und das heißt Kiki reagiert auf Zari Reagiert auf Katze Reagiert auf Kiki Reagiert auf Dito Und jetzt müsste Dito kommen und reagieren auf mich Und dann ist die Katze geschlossen Ach scheiße, wo soll ich mich denn hinschieben? Und die React ist abgeschlossen Und ganz ehrlich, können wir mal darüber reden, wie geil dieser Dino-Schwanz aussieht Nein, nein, weißt du, was das Problem ist? Wir sind auf Twitch Die denken nur bei dem Bild Was ist das für ein geiles Spiel? Die Frau weiß, was sie will Ja, lass mal an Was spielen die da? Genau Ey, wir spielen heute Gehen Das Spiel heißt Gehen Ja, möglichst gerade gehen Einfach nur Möglichst gerade gehen Ich muss ja mein Bio-Studium wieder rechtfertigen Mati Wusstet ihr, dass manche männliche Oktopoden Absolut Die haben einen so einen Arm Der ist so ein bisschen kürzer Und krüppeliger Und das ist deren Ding Dong quasi Und um ein Weibchen zu befruchten Können die den abtrennen Und dann schwimmt der Penisarm Ja So in Richtung des Weibchens Das Ding ist Ich würde ja sagen Es wundert mich Aber bei Mati wundert mich halt einfach wirklich gar nichts mehr Also Es ist halt literally normal Oh Gott Wenn sowas kommt Ja, das ist genauso wie von Bienensex letztens geredet wurde Wusstest du, wenn Bienen überhitzen, dass die explodieren? Ja, genau Ja Ja Das, ähm Ja Da, also, ja Ich, ähm Verfolge Mati recht aktiv Und, ähm Ich weiß mittlerweile sehr viele Dinge Ja Ja Ähm Ich weiß mittlerweile viele Dinge Manche von denen ich nicht wollte, dass ich sie weiß, aber Ja Oh Gott Weiter im Text Ach, verdammt Ich bin schon wieder im Weg New York Jesus Ja, ich werde dich Das wollte ich nicht Ja, das würde ich dann auch sagen Ich hab instant Gänsehaut Ich hab instant Gänsehaut Ich hab einfach instant Gänsehaut bekommen Okay, also die Denker-Bose Warum sind Fettinger und ich zueinander? Warum sind Fettinger und ich zueinander? Warum bin Miki und ich in einem Auto? Oh no Warum ist das Fettinger? Was ist das passiert? Was ist das passiert? Elfer König Was ist das passiert? Kein Fabulage What? Um was geht Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Und damit willkommen zur State of Play im Mai 2024 Nein Na Verdammt Was? Leck mich noch am Acht Was ist ich gut? Wie komme ich denn jetzt in das Item in der anderen Hand? Was muss ich drücken? Chint Chint Bitte hilf mir Wie kommt Nein Ist der Stream jetzt schon wieder down? Oh ich heule Oh nein Oh Asche Endlich jetzt Wie läuft Läuft noch? Wie gut Die Taste F Die ist so verplant ohne Scheiß Ja aber du sagst halt normalerweise F Müsste ich erst einkaufen Und ich war gestern erst einkaufen Ich habe keinen Bock nochmal nur für Äpfel einkaufen zu gehen Wenn du Bock hast könnten wir es auch mal zusammen tun irgendwann Gemeinsam Äpfel kaufen mit Gronkh Würde ich mich sehen Hab ich auch gedacht als erstes Ja genau So creepy kann keiner ausgehen Ja da gibts nicht mal ne Taktik hinter Ich werde mit mir Sex haben heute Ja Luft anhalten und durchrasseln Ich werde mit mir Sex haben das hab ich mir verdient Was? Es gab eine Situation Ähm wir haben bei uns so einen lokalen Kirmes ne Und es war bei mir mit der Allergie so schlimm Dass mich einmal meine Mutter Mit Taucherbrille zu diesem Kirmes her geschickt hat Weil ich unbedingt gehen wollte Ich bin mit Taucherbrille Auf den Kirmes gegangen Weil ich ansonsten nichts mehr gesehen habe Meine Auge sind angeschwollen Ich verarsche mich doch gerade oder nicht Das ist doch Bin ich nah dran? Das heißt ich könnte jetzt Theoretisch durch oder? Warte Oh mein Gott Oh mein Gott Wo kam der jetzt her? Hä? War das der eigene Charakter? Nein ich glaube nicht Also ob ich das Paket jetzt nicht kriege Ich möchte dich da verarschen oder? Warte ich da verarschen oder? Warte ich da verarschen oder? Wie ist er denn? Hat sie das denn geschafft? Ai 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 Hängt eins im Baum? Nö OOOOOH Have fun with it Meine Pakete Oh, lustige Story Bei den, war das Game Awards oder Summer Games Weiß ich gerade nicht, auf jeden Fall Der Supermarkt Simulator hat nur wegen Deutschland hat es auf, ich glaube, Platz 7 geschafft der meistverkauftesten Spiele 2024 Oh wow Wow, man kommt gerade frisch rein und erschreckt sich, weil die Gute sich erschreckt Ja Und hallo, hallo Sorry, ja, was? Warte Jetzt habe ich dich komplett rausgebracht, perfekt Ja Das war, was war denn das? Groß auf der Bühne haben sie vorgestellt, welche Spiele und Indie-Titel dieses Jahr begeistert haben und nicht unbedingt diese Games as a Service waren und dann einfach Supermarkt Simulator Mit Baldur's Gate auf der Bühne Vollkommen logisch Mhm, genau Aber es hat auch gefühlt, oder es zockt gefühlt jeder Ja Und da gibt es zig Mods für und es ist Und du bedienst da eine fucking Kasse Also, ähm Ja, allein die Twitch-Integration ist ja schon mega geil dass deine Zuschauer dich besuchen kommen können und Sachen kaufen können Ja, das einzige Problem ist, dass die Sachen auch in den Chat schreiben können Und die sagen das dann im Stream Also, da kann echt Mist passieren Oh Ja, obala So Die ist heiß Die ist heiß, Tino Die ist heiß, die war im Ofen Wow Wir haben die Pizza im Ofen vergessen Dafür sieht die noch gut aus Du, auf Vira, dieser Song ist so geil und jegliches Zeitgefühl ist davon geweht Ja Aber ich mein, hört dir auch an wie geil Oh mein Gott, es ist schon halb drei Halb zehn Äh, halb, halb drei Nein Es ist wirklich spät Ist es denn? Es ist halb zwölf, oder? Nee, es ist halb, es ist halb elf Was? Was ist, ja, ein Therapeuten in deiner Nähe Ja, ein Therapeuten in deiner Nähe Nur heute hin und jetzt Kommt auf an für was? Suchen sie auch schon lange nach einem Therapeuten? Dann ist jetzt ihre Chance Du kannst es so gut Aha, aha, aha Der sieht richtig begeistert aus Ja, ne Das rechte Auge ist gleich zu Der pennt doch ein Ach doch Das macht eigentlich le... Ey, ich war doch am Abschließen Ähm, was ist das für ein Geräusch im Hintergrund? Irgendwelche Quietsche Oh, ist das so schlecht Keller Clouds vom Outer Space The Game Oh, wow Danke, Fun Herr, Herr Kratlon Ja Ich habe mit Sensei jetzt ausgemacht Dass wir ihm das Zeichen geben, wenn er runterspringt Und zwar mit zweimal klicken Weil wir dann das Intro noch einsprechen Mhm Ja, danke Hä? 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 Ich habe zweimal eine Taschenappel blinken gesehen von dir Nein, wenn ich das so mit dir habe ich gehört Ich habe es mir klar erklärt Ganz gut Oh, wie bitter Wie bitter Oh, wie gut Ja Ja Oh, Mann Oh, ich liebe mich Oh Okay Ich habe Pennkannen? Cool Ich brauche nur Internet Ich finde es schön, dass das für dich so ist Boah J4, jemand kommt so zu dir, entführt dich Nimmt dich so mit und ist so So, du kommst mit, mein Freund Du kommst jetzt mit Und ich werde dich nie wieder freilassen Und du bist so Boah Und ich muss keine Miete zahlen? Weißt du, wie krass der Mietmarkt da draußen ist? Ja, bitte Damn Take me Nice Gott So, Chat Das heißt jetzt Alle ab in den Karton Feierabend Das war es jetzt mit Stream Clips Germany Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen Haha Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Ciao 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 Oh, war das gut Gott Ja Das war wirklich fun Ja Aber ich werde dann das Ich werde das jetzt auch nutzen Und mal Feierabend machen Hm? Ich gehe mit Äh Genau, weil Wie gesagt Morgen muss ich Früher stehen Für Colloquium Und dann Bin ich ab nächste Woche Ein freier Mensch Hey Und dann musst du Huhu 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 Juhu Ja, ich habe den Server geschrotet Der stellt die Dateien einfach Immer wieder her Ich weiß nicht woher Ja, meine lieben Freunde Das war es mit dem Ecoserver Und dem Projekt Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Projekt Wieder Was nicht Ecos sein wird Weil das aber kaputt ist Nein, das kriegen wir irgendwie hin Ja Gehe ich von aus Hoffe ich Alter, die Serverdatei ist 13 GB Hat sich diese eine Datei da unendlich oft repliziert, oder? Meine Stimme kackt langsam ab Keine Ahnung Wer hat er sich die Daten zieht? Weil ich habe bei gestopptem Server das Ganze gelöscht Bei geladetem Server Ich habe mittlerweile den kompletten Mods-Ordner gelöscht Wahrscheinlich ist irgendwo in irgendeinem Ordner eine Datei, die das immer wieder herstellt Ja, vermute ich auch Nun gut, dann würde ich mich hier jetzt schon mal von dir verabschieden und dann gleich noch vom Stream Und dann machst du noch weiter oder machst du dann auch Feierabend? Ähm Ich denke mal, dass ich in Minecraft reingehen werde Mhm Und dann mal gucken werde, dass ich dann irgendwie morgen oder am Wochenende den Server wieder zum Laufen kriege Ja, okay Dann würde ich nämlich die Leute gleich noch an dich weiterleiten Äh, ja Die tun mir leid Auch schlimmer als bei mir kann es nicht werden Also, die sind einiges gewohnt Einigen Kummer gewohnt Ja, die haben hier Ich habe eine Banane Ja, ich habe es eben gesehen Also Ja Ja, vielleicht mache ich auch einen kompletten neuen Server Also echt Ja, er hat wirklich eine Banane Er spielt an seiner Banane Im Stream Ja Tut mir leid, dass du das nicht kannst, ne Und du hast sie gesehen Ja, der ganze Stream hat sie gesehen Kann sie sehen Iha Willst du noch was Schlimmeres sehen? Also Das Bananenspiel spielen glaube ich aktuell irgendwie 160.000 oder 140.000 Und es gibt einen Online-Market, wo du Bananen verkaufen kannst Und die teuerste Banane wurde schon für 1.200 Euro gehandelt Das ist klar, Fark Ja Ähm Na, wer verkauft keine Bananen für 1.100 Euro? Äh, 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 ja Die finde ich lustig Ach ja, die Banane wird geritten, oder wie ist das? Äh, kennst du My Horse is Amazing? Ja Das ist das Nur das Horsewort zu einer Banane Das ist auf so vielen Ebenen falsch Oh ja Ja, ähm Warte mal Steam So Ähm 330.000 Leute sind aktuell live im Game Tja, 330.000 Leute spielen mit ihrer Banane Ja Oh, guck mal, wie viel Sinn Das nenne ich mal Exhibility Ja Ah Ach Ach, die OG Banane Butterview Market Wurde, ach Es geht ja noch 29 Euro Ich brauch vielleicht noch 5 Minuten Ich geh trotzdem nochmal Ja Go. Hast du was gegen Mönn verbrannte Gamer, die einen Scheiß kaufen? Und einen Scheiß spielen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und einen Scheiß spielen? Und einen Scheiß spielen? Und einen Scheiß spielen? Ich hab' die Dinge besprochen. Ich geh mal lieber Elden Ring, das schon bevor ich zu irgendwelchen Content anschaue und verleitet werde. Alles klar, mach das. Absolut verständlich. Ja, sonst musst du dir noch anschauen, wie andere Leute an ihren Bananen spielen. Warte was, ich hoffe es hat euch gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis zum nächsten Stream. Bye bye. Bye bye. Ah, schön. Schön, schön. So, Moment, ich leite noch eben weiter. Ja, mach das. Und dann dir euch einen schönen Abend, ne? Und erst mal ordentlich abgewaschene Nübbeln und so. Ja, genau. Alles klar. Bis denn. Ciao. Bis denn. Bye bye. So, jetzt sind wir alleine. Äh, ach, ich hab gestern noch was gemacht. Moment, 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 Moment. Oh, ich wusste, dass das passiert. Hello. Es gibt eine Mana Bee. Es gibt eine Mana Bee. Äh, hi. Ich hab, äh, Minecraft offen. Und wir spielen mit Bienen. Und es gibt eine Mana Bee. Es gibt wirklich eine Mana Ste... Mana Bee. Lock up. Present for a spawn egg. Okay. Mana. Oh. Puh. Und was produziert die? Wie läuft die? Ah. Okay. Wofür kann man Black Lotus nutzen? Äh. So laufen die noch mehr? Oh. Ball voll. Ja. So, äh, ich hab gestern hier ein wenig mit Botania rum gefuscht. Und, ähm, ich hab gestern noch das Rezept für Tarastil abgeschlossen. Oh. Ich hab kein Black Lotus. Okay, aber... Das hört sich cool an. Aber ich hab, äh, Terra-Stil. So, und ich wollte... Ja. The Gate... To... Äh, Elfheim. War das Elfheim? Ne, Valheim. Eigentlich müssen wir da durchlaufen und mit Valheim anfangen. Ähm, was brauch ich? Glimmer... Glimmering Living. Wow, das hätte ich so hingestellt. Okay. Was soll ich sagen? Hier. Oh, no. Gate, big. So. Das kam wohin? Und... Okay. Ah. Highlands haben wir getötet. Okay. Ah, jetzt laufe ich wieder. Ah, warum denn? Ja, ich habe gesehen, die brauchen... Was brauchten die nochmal? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Okay. Wo ist das? Wo ist das? 写 Nicin. Das ist so schön. Verdammt. Stammt doch hier. Gabe es nicht hier irgendwie eine Marm-Ana-Pump? Hier. Ja. Oh. 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 abbreiten. Abbreiten. So, das machen. Pipe anschließen. So, das macht meine Augen den tief her size. Abbreiten. Dasst ساتgen. Oh, ich hätte es einfach aktivieren müssen. Okay. 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 Das war's für heute. Und hier noch zum Banner Splitter. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich guck, wie wird das funktionieren. Das war's für heute. Okay. Ich hatte gesehen, der braucht den Gaia peilen als... Ja. Okay. 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 Das muss dann anscheinend erstmal geraden. Okay. Das dauert wohl ein bisschen. Okay. 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 noches Sand. Und dann noches Sand. Gold könnte vielleicht auch noch einfach sein. Davon müssen wir auch noch reichlich haben. Ich glaube das größte Problem ist Oak und Dirt. Vielleicht können wir Oak durch, äh, wie ist das gleich noch? Äh, Naceous Essence herstellen. Oh, Opsidan. Geht uns auch ein bisschen was, aber ich ja hier hört. Oh, Sechs. Geht uns auch ein bisschen was. Okay. Dann machen wir eben die Crows hier fertig. Okay. 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 Dirt. Okay. 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 So. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, machen wir da den Wood rein. Untertitelung. BR 2018 So, sieht jetzt aus. Okay, das wird über Nacht produziert und Obsidan können wir uns noch angucken. Obsidan, ey. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. Nice. Nice. Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. Das war's für heute. Prost. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und ja, dann würde ich sagen,